Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxa. Oh jetzt wird es gefährlich. Einfach mal drauf zurennen und erledigen würde ich sagen in dem Fall. Habt ihr wenigstens etwas für mich fallen gelassen? Das sieht nicht so aus, ne? Das ist aber gemein. Kann nicht sein, dass ihr nichts für mich habt hier. Okay, ist dann wohl so. So, wo bin ich hier überhaupt? Wo muss ich hin? Ist doch das Loch, ne? Hier war ich schon mal. Genau. Ich muss da hoch. Das Missing Item einsetzen. Ich schreibe mir gerade nur die Frage. Habe ich das Missing Item schon? Ich gehe einfach mal hoch und guck mal, ich habe nämlich so die Befürchtung. Ich muss nochmal komplett zurücklaufen. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich ihn etwas eingesammelt habe. Na gut, Versuch, mach klug. Und hoch mit dir. Genau hier war das, ne? Missing Item. Oh! Da habe ich was. Chipset. Ja, passt. Prima. Wann habe ich das noch eingesammelt? Kann ich mir egal, was ich daran erinnere. Egal. Okay. Was ist passiert? Die Lämpchen gehen an. Ja. Und jetzt? Und nun? Äh. Ah! Kann man irgendetwas machen? Walk... Walk Key. Wo ist denn der Walk Key? Ach da. Das andere ist Action. Okay. Kann ich irgendetwas einstellen? Ja. Keine Ahnung. Ja. Geht so. Die vier Positionen. Hm. Ja. Und woher weiß ich jetzt, welche Position ich nehmen muss? Ah! Ist da auf dem Display einfach schon die Lösung? Unten, links, rechts, rechts. Unten, links, rechts, rechts. Was haben wir da? Unten, links. Und dann rechts, rechts. Okay. Machen wir das mal. Wo müsste der unten sein, ne? Ja. Links. Ah, da ist schon links. Was hat gerade links gemacht? Brennen dann rechts. Machen wir das Ganze nochmal. Äh. Ah ne, rechts. Ah, ja. Ah! Jetzt geht bestimmt das Türchen auf, ne? Ah, herrlich. Dann würde ich sagen... 100 Gummipunkte, jawoll. Schön. Das kann man immer gebrauchen. Ja, dann gehen wir da mal rein, ne? Was macht die Energie? Joaah. Da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Looter wieder kommt. Ups. The Red Zone. Okay. Also ich betrete jetzt die rote Zone. Huh. Ist das so gut oder schlecht? Wer weiß, wer weiß. Okay. Ich denke mal, jetzt kommt der Moment, in dem man wie abspeichern darf. Hochoffiziell erlaubt. Oder man kann auch irgendwie eine Fackel anmachen, ne? Taschenlapp. Achso, die Taschenlapp ich schon an. Ja, das geht nicht. Ja, da kann man nix machen. Ja, ja, aber klar. Ein Problem. Warum? Habe ich keine Munition mehr? Jawohl. Wenn ich keine Munition mehr hat, dann bringt die beste Waffe auch nichts. Wie kommt denn da jetzt so? Oh, da reingefetzt. Oder passt das auch so? Gut, neun höher. Ja, neun ist zwar genügend. Ich sollte mal eben die Waffe wechseln. Gut, die war auch wieder weg. Okay, vielleicht ein Ort des Friedens. Ja, hättest du mal die Waffe rausgeholt, Laradus. Okay. Irgendjemand schießt da. Auf seine eigenen Kollegen. Aber wie sehe ich das hier? Oh, ich denke mal, wenn ich hier drauf springe. Das ist keine gute Idee. Okay, hier kann ich da auch hin. Einfach mal runter. Aber ich bekomme hier Pfeile ohne Ende. Muss ich die etwa einsetzen? Oh, da waren zwei. Okay, okay. Ich bin von einer Person rausgegangen. Oh, 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 oh. So, wie ist jetzt die Lösung? Das ist jetzt die gute Frage. Oh, 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 oh. Ich muss die auch in jedem Fall erledigen. Definitiv. so weiter geht weiter geht aber okay ich habe jetzt einen neuen plan ich jetzt erstmal hier durch genau weil irgendwie habe ich das 95 mal probiert diesen guten kollegen ja ich sag mal so schön zu eliminieren aber irgendwie reichten meine skills nicht für deswegen gehe ich einfach mal hier wo was hier passiert hallo lara kommt hier bitte weiter ich glaube hier war was hier war sowas böses runter das braucht meine energie aber doch die ist gut ja ich hab so ein gefühl ein secret ok ok ja nice to have keine frage aber das heißt natürlich auch ein umkehrschluss ich muss da jetzt irgendwie gegen den kollegen kämpfen es sei denn hier gibt es noch irgendwie einen anderen ausgang steht da überhaupt we are children of our family ja come to our world wo ist denn da oben ach komm geht es da weiter ne das ist einfach nur so ein loch ne grafikloch außerdem blinkt hier noch etwas ihr kennt mich ich bin gierig ich brauche alles ne da kommen wir nicht rein ne was mein er ich versuche mal einen sprung mit anlocken ja gut einen sprung mit anlocken geht ich glaube hier ist mal auch noch was ne irgendwas gemeines naja versuch mach klug ja ich geh jetzt einfach mal wieder nach oben oh ich glaube ich höre ein paar schritte ok 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 da muss ich mir was anderes einfallen lassen ja ok ok ich habe verstanden aber das ist verdammt schwierig finde ich jetzt es gibt einen trick bestimmt gibt es einen trick aha ich glaube ich habe einen eliminiert oh ich höre immer noch stimmen oh ich höre immer noch schritte ich gehe da rein Lara ok das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus ich würde sagen ich mache gleich nochmal ne ah ja wo ist er denn ja ok der war ein bisschen sehr nah aber er ist tot ok da oben ist noch einer ja ok ok ja ich muss meinen ganzen waffen nehmen oh ein Schuhs-Ammo mache ich mal ach so ok die könnte ich nehmen Ich versuche noch mal. Ja, das sieht doch gleich besser aus, ne? Äh? Okay. Okay. Also da ist noch eine Selbstschussanlage. Aber wo ist die zweite? Kann ich da gegen etwas übersehen? Da oben ist immer noch einer. Ach, sind zwei Soldaten. Ach so. Okay, okay, okay. Ups, haha. Ich habe gar nicht getroffen. Trotzdem fällt er um. Ja, okay. Toad ist Toad, ne? So, wo konnte ich denn hinrennen? Eigentlich muss ich ja da oben drauf. Vermute ich mal. Oh. Um die ganze Anlage zu deaktivieren. Das wäre jetzt so mein Plan. Ach, da ist noch eine Selbstschussanlage. Da sind zwei. Okay, wie soll ich das denn schaffen? Na der vielleicht. Okay. Okay. Oh, vielleicht noch höher. Ein Treffer? Okay. 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 Aber es war schon mal gut zu wissen, dass diese Selbstschussanlage hier nicht von selbst schießt. So kann man da hochgehen. Vielleicht testen wir mal genau. Das könnte ich aber eben testen. So, da liegt doch immerhin Schatten. Kommt, geh nach oben. Lara. Hallo? Einmal hoch, bitte. Danke. Munition ist immer gut. Pfff. 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 Pftp. Pfff. 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 ja das soweit so gut so wie geht es jetzt weiter das ist jetzt hier eine gute frage einfach mal versuchen ja ok versuchen wir nochmal diese Frau meinte ich hallo hängst du schon mal fest ok Lara hängt hier fest ja ich mache hier break ja